einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer udin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt und zwar wollen wir heute hier wieder mein headset sitzt nicht ganz drauf so wollen wir noch eine runde angezockt machen ich werde es nicht bearbeiten nicht rendern nichts schneiden nichts dazufügen keine einblendung deswegen auch keine kamera weil das alle die qualität ein bisschen nach unten regelt so dass ihr wirklich rein und ungeschnalltes gameplay seht das dauert etwas länger bis ich das hochgeladen habe weil die dementsprechend größer sind und da sind 30 40 gigabyte für ein part überhaupt kein problem ich nehme es auf der ps4 pro in 4k auf und geplant ist dass wir jetzt hier so halbe stündchen oder so oder den anfang uns mal rind fuchsen weil allzu lang kann ich logischerweise auch nicht machen das erinnert mich an diese alte serie in der serie nicht mehrere filme waren es ich weiß nicht mehr wie die hieß auch über irgendeine so eine spezialeinheit und bei der infolge sind sie alle am heiraten oder der eine versucht halt immer wieder zu heiraten und immer kommt ein auftrag dazwischen und dann zack bimmelt die uhr und immer ist die halbe kirche alle männer weg nur die frauen sitzen noch alleine da und den tarn ausdrücken aber da machen wir definitiv leicht ein bisschen viel ladezeiten sind hier kurze video zack schon wieder ladestation hier so du kommst mir besser nicht in die quere ich lasse nicht zu dass du mir diesen job ich tue wofür ich bezahlt werde steht aber nichts davon ich kann nichts machen das ist ein video obwohl ich da ein steuerkreuz habe ich komme von dem video in dem video wo ein steuerkreuz zu sehen wird k.o.i. schlagen und schon wieder in der ladestation ich kaufe das im eigentlichen spiel dann nicht so viel das ist schon ein bisschen nervig ich habe aus Versehen ich habe gedacht ich kann hier irgendwie hin und her switchen und habe aus Versehen die kommentare mit abgebrochen ich glaube früher war er einer von ihnen doch jetzt gehört er mir lassen sie es mich ihnen demonstrieren sie da exekutieren sie sich ich kann ich kann nicht gehorchen sie oh man ich gehorche tut mir leid hat mich verfehlt was so ein idiot unglaublich noch ein exemplar das sich selbstmordbefehlen widersetzt also wo war ich ach ja lassen sie sich das eine lehre sein ich habe die totale kontrolle jetzt quatsch dich aus menschen ich habe nicht mehr so viel zeit meine tochter kommt bald entschuldigen sie wir müssen mit der präzedur beginnen bevor die wirkung des sedativums nach ist sie wissen wie kritisch der zeitablauf ist was ach so ja ja natürlich nun denn wenn sie fertig sind lassen sie sie zu mir bringen ich bin in meinen räumlichkeiten seien sie still sonst hören uns die soldaten dieser wahnsinn ist außer kontrolle wir müssen aufdecken was hier vorgeht ich befreie sie und zeige ihnen den weg nach draußen ja ist okay befreie mich ich habe doch keine zeit ja ja gut die fesseln sind gelöst ich gehe voran folgen sie mir einfach mit dreieck kamera bewegen mit l und drehen mit r ok shadow ist bereit und jetzt sie na los begeben sie sich zu der stelle und jetzt sie sie na los gut ihre alte kleidung ist hinter dieser tür in einem spinnt ich habe einen schlüssel aber sie müssen leise sein wir sind überall soldaten scheiße sie müssen schleichen sie dort hin andernfalls machen sie ein geräusch und jetzt sie na los gut jetzt töten sie ihn von hinten töten sie den anderen kerl aber ohne ein geräusch zu machen und niemand hat etwas gehört jetzt gesuchten sie sie und nehmen sie alles mit was ihnen nützlich erscheint und ihre kleidung müsste in dem spinnt da sein wenn sie fertig sind karen sie zu mir zurück denken sie daran arbeiten sie als team und vergessen sie bitte ihre kleidung nicht nimm das ja Ja. Was ist das? Pizza. Vielleicht gar nicht, dass das souvenir war. Ja. Startler. Also gut, nehmen Sie sich ein paar Waffen, aber schießen Sie nur, wenn es sein muss. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Na schön, genug geredet. Wir müssen jetzt los. Folgen Sie mir. Jo, dann hauen wir mal ab. Los, rennen Sie zur angegebenen Stelle. Oh, was ist denn hier jetzt? Hallo, mach was. Ist da nicht. Und jetzt Sie. Na los. Begeben Sie sich zu der Stelle. Ja, kriegst du dich aus jetzt, ja. Okay, ich kann hier durchgehen, aber Sie dürfen nicht gesehen werden. Kriechen Sie auf die andere Seite und die Soldaten Sie nicht sehen. Ja. Legen Sie sich jetzt hin. Wie? Ich bin so okay. Sie müssen jetzt runter auf den Bauch. Sie müssen so weit kriechen, wie Sie können. Und jetzt Sie. Na los. Sie müssen sich jetzt auf den Bauch legen. Kriechen Sie zu der Stelle. Es ist wir treffen uns auf der anderen Seite. Einsatzbereit. Liegt es an mir? Oder verhalten sich die grünen Soldaten merkwürdig? Diese Soldaten sehen wie zwangsrekrutierte aus. Mit Drogen vollgepumpt und mit Schlägen in den Dienst gepresst. Und jetzt Sie. Na los. Begeben Sie sich zu der Stelle. Und jetzt Sie. Na los. Begeben Sie sich zu der Stelle. Okay. An diesem Posten können wir uns wohl nicht vor... Erschießen Sie ihn. Dafür müssen Sie zuerst aufstehen. Okay. Shadow ist bereit. Was? Ja. Das war doch eine Person. Werden Sie den Posten nehmen. ... damit ... ... ... Schießen Sie den Posten ins Bein. Und jetzt Sie. Na los. Stehen Sie zuerst auf. Rennen Sie zu der Stelle. Zählen Sie auf seinen Rumpf. Erschießen Sie ihn jetzt. Zählen Sie auf seinen Rumpf. Erschießen Sie ihn jetzt. Erwiss. Alle Patronen aufgebraucht, euer. Das muss jetzt klappen. Steigern Sie das Ziel. Bis Sie bei 100% sind. Dann schießen Sie ihm in den Kopf. Wir nutzen jetzt zwei. Okay. Einsatz bereit. Sie haben ihn erwischt. Aber er hat vorher noch Alarm gegeben. Sie müssen durch die Kanalisation fliegen. Das ist ein altes Funkgerät. Ich kann Sie damit erreichen, aber Sie können nicht antworten. Ich versuche in Verbindung zu bleiben. Vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen geholfen. Und jetzt laufen Sie. Start klar. Dann Cut. Okay. Okay. Bye-bye. All right. Okay. Okay. Bye-bye. Einsatzbereit. Los. Startklar. Steuern. 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 Werden wir dafür, dass sie uns nicht kommen hören. Dann los. Der Gestank ist unerträglich. Ja. Was war das? Oh nein, ein Teufel! Nimm das! Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das! Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das! Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das! Nimm das, nimm das! Stattwürmer. Lässt mich mehr sehen. Mhm. Die Tür ist jetzt offen. Das kann losgehen. Hier. Ja. Alright. So, nun. Der macht die Tür nicht auf. Achso, ich hatte den falschen angewählt. Die Tür ist jetzt offen. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Platin hat. Da müssen wir mal nachgucken, weil da fragen auch immer viele nach. Ja, es hat Platin. Hm. 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 Ich bin kein Neuling, Partner. Ich bin nicht dein Partner. Ich bin nicht dein Partner. Shadow ist bereit. Start. Ja. Noch ein Soldat. Ich schleiche mich durch das Garage und schalte ihn aus. Du bleibst unten. Alles klar. Shadow ist bereit. Was war das? Was war das? Was war das? Scheiße. Der hat mir aus Versehen verdrückt. Was war das? Das sind Speer. Okay. Mist. Alkohol. Damit können wir Verbände desinfizieren. Das ist alles selbst. Okay. Start, klar. Okay. Shadow ist bereit. Ja. Los. 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 Ansatzberahmen. Los. Einsatzbereit. Das kann losgehen. Alles klar. Und weg mit dir. Das kann losgehen. 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 losgehen. Das kann 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 losgehen.